Reife Bananen regen die Neubildung weißer Blutkörperchen an und stärken das Immunsystem. Reife Bananen regen die Neubildung weißer Blutkörperchen an und stärken das Immunsystem. Sie wirken zudem positiv auf den Kreislauf und fördern die Aufnahme von Kalzium. Was passiert beim Verzehr von reifen Bananen? Sie sind sehr lecker und sollten einen festen Platz in unserem Speiseplan haben. Und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern, wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung, und das nicht nur wegen ihres Geschmackes, es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Verwendung und das nicht nur wegen ihres Geschmackes. Es ist erwiesen, dass die reifen Bananen wichtige Nährstoffe enthalten, die unsere Gesundheit fördern. Wir haben vor einiger Zeit bereits über jene Eigenschaften der Banane berichtet, die ihre Zytokin ist so effektiv, dass es gegen abnorme, tumorös entartete Zellen im Körper wirksam ist. Lesetipp, karibische Küche, Bananenknödel mit Käsefüllung Die Funktion des Zytokins wird mit der von Lentina Zytokin ist. Es ist ein Immunstimulans, das intravenös verabreicht wird und zudem eine krebshemmende Wirkung hat. Der Gehalt an TNF nimmt mit der Reife zu, das heißt, umso reifer die Banane ist, desto stärker ist auch ihre Krebshemmende. Es ist ein Immunstimulans, das intravenös verabreicht wird und zudem eine krebshemmende Wirkung hat. Der Gehalt an TNF nimmt mit der Reife. Bestimmte Eigenschaften sind daher zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich stark ausgeprägt. Was Bananen betrifft, so ist erwiesen, dass ihr Gehalt an Antioxidantien mit der Reife zunimmt. Wenn außerdem dunkle Verfärbungen der Schale sichtbar werden, ist bereits ein Teil der ursprünglich enthaltenen Stärke in leichter verdaulicher Zucker umgewandelt. In der japanischen Studie wurden Versuche durchgeführt, die den Verzehr verschieden, wenn außerdem dunkle Verfärbungen der Schale sichtbar werden, ist bereits ein Teil der ursprünglich enthaltenen Stärke in leichter verdaulicher Zucker umgewandelt. In der japanischen Studie wurden Versuche durchgeführt, die den Verzehr verschieden, wenn außerdem dunkle Verfärbungen der Schale sichtbar werden. Ihr Konsum führt zu einem Anstieg der Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut und stärkt unsere Abwehr, um diese positiven Wirkungen erreichen zu können, ist der Genuss von 1 bis 2 Bananen täglich zu empfehlen. Ihr Konsum führt zu einem Anstieg der Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut und stärkt unsere Abwehr, um diese positiven Wirkungen erreichen zu können, ist der Genuss von 1. Schätzungen gehen von einer Zunahme der weißen Blutkörperchen und damit einer Stärkung der Immunabwehr auf das 8-Fache aus, und was steckt noch Gutes in reifen Bananen? Damit dir keine Zweifel bleiben, ob du in Zukunft häufiger Bananen isst, nennen wir dir hier noch weitere Eigenschaften dieser Frucht, die sich förderlich auf deine Gesundheit auswirken können. Bananen versorgen den Körper mit vielen Elektrolyten, wie sie besonders bei Durchfall benötigt werden, auch probiotische Stoffe wie Fructoligosaccharide sind in diesem Obst enthalten. Diese tragen zum Erhalt einer gesunden Darmflora bei, ein starkes Herz-Kreislauf-System, da insbesondere reife Bananen sehr viel Kalium enthalten, bewirkt ihr Verzehr eine Reduktion des Natrium-Spiegels. Natrium kann zu Wasser in Lagerungen im Gewebe führen und die Gesundheit des Herzens beeinträchtigen, in einer Metastidie, die in einer anerkannten US-amerikanischen Fachzeitschrift zur Herzgesundheit veröffentlicht wurde, stellte. Natrium kann zu Wasser in Lagerungen im Gewebe führen und die Gesundheit des Herzens beeinträchtigen, in einer Metastidie, die in einer anerkannten US-amerikanischen Fachzeitschrift zur Herzgesundheit veröffentlicht wurde, stellte. Natrium kann zu Wasser in Lagerungen im Gewebe führen und die Gesundheit des Herzens beeinträchtigen, in einer Metastidie.